Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Deutschland Wetter, Wolken, Regenschauer, Gewitter, Alpennähe am freundlichsten. Deutschland Meteorologie, Wolkenbewegung, Thermometerindizes, Windaktivität und Prognosen. Das Wetter in Deutschland zeigt oft wechselnde Charakterzüge mit seinen einzigartigen Veränderungen und Entwicklungen in Bezug auf Wolken, Temperaturen, Wind und Aussichten. Wolken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD haben Wolken eine entscheidende Bedeutung für das Wetter. Sie haben desweiteren eine komplexe Struktur und bestehen hauptsächlich aus fein verteilten Wassertropfen, Eispartikeln oder einer Kombination davon. Die Wolkenbildung ist stets abhängig von den vorherrschenden atmosphärischen Bedingungen sowie den geografischen und klimatischen Gegebenheiten in unterschiedlichen Gebieten. Temperaturen. Im Hinblick auf die Temperaturen demonstriert die Bundesrepublik Deutschland eine erhebliche Vielfalt. Je nach der Jahreszeit und geografischer Lage können die Temperaturen erheblich schwanken. Laut Statistischem Bundesamt weist der Winter im Durchschnitt Temperaturen zwischen 10 Grad und 3 Grad auf, während der Sommer Temperaturen von 20 Grad bis über 30 Grad erreichen kann. Dies ist jedoch abhängig von der jeweiligen Region sowie aktuellen Witterungsbedingungen. Wind. Der Wind wird in Bezug auf seine Geschwindigkeit, Richtung und Regelmäßigkeit kategorisiert. Der Deutsche Wetterdienst meldet insbesondere an den Küsten und in höheren Lagen oft stärkere Windgeschwindigkeiten. Ein allgemeiner Trend zeigt jedoch, dass die Windgeschwindigkeiten in Deutschland im Durchschnitt zunehmen, was teilweise auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Aussichten. Die Wetteraussichten in Deutschland sind stark von sich verändernden atmosphärischen und klimatischen Bedingungen abhängig. Während saisonale Prognosen im Allgemeinen recht zuverlässig sind, können kurzfristige Wettervorhersagen aufgrund von plötzlichen Veränderungen in der Atmosphäre mit Unsicherheiten verbunden sein. Obwohl das Wetter in Deutschland oft als launisch bezeichnet wird, wird es durch komplexe Muster und Prozesse in der Atmosphäre bestimmt. Mit der Weiterentwicklung der Meteorologie und des Verständnisses für das Klima können wir hoffentlich zukünftige Wetterbedingungen besser verstehen und vorhersagen. Quellen, Deutscher Wetterdienst, DVD, Statistisches Bundesamt, Autor Anita Farke, Freitag, 3. Mai 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Zuhören. Wer's дела? Ich weiß, es ist nicht�, ich especially.